Mein Vorsatz fürs neue Jahr? Ich werde es nicht zulassen, dass meine Vergangenheit ausgelöscht wird. Was verbirgt sich wohl in dieser Kupferbox? Es ist eine Zeitkapsel, um ausgewählte Dinge an zukünftige Generationen weiterzugeben. Die Justizdirektorin legte einen Spiegel hinein mit der Bemerkung, wer Macht hat, ist aufgefordert, sich immer wieder im Spiegel zu überprüfen. Ich habe fünf Jahre in Schweizer Gefängnissen zugebracht, aber ich hätte nicht gedacht, dass sich die Schweiz so einengen kann in dieser kurzen Zeit. Ihr Schweizer, ihr spinnt doch alle. Schon heute sind mehr als 70 Prozent der Gefängnisinsassen Ausländer, Tendenz steigend. Um im Gefängnis zu landen, muss man was falsch gemacht haben, oder?